Mit Phase 5 sind einige bedeutende Änderungen im PvP der Season of Discovery eingetroffen. Die Menge der verdienten Erde wurde drastisch erhöht und Spieler berichten, dass man nun so schnell wie nie zuvor ein Classic Erde farben kann. Rang 13 ist dadurch für viele erreichbar und das mit vergleichsweise wenig Zeitaufwand. Früher erhielt man ein Classic für einen Sieg im Marathi-Becken oder der Basang-Schlucht jeweils ein Abzeichen. Mit Phase 5 hat Blizzard diese Anzahl auf zwei Abzeichen verdoppelt. Nun werden diese Änderungen wieder rückgängig gemacht. Ab sofort gibt es nur noch ein Abzeichen pro Sieg. Dazu äußerte sich Blizzard, wir haben dieses Experiment beendet, da der Anreiz schnell zu verlieren und sofort in ein neues Spiel einzusteigen zu hoch war. Während Zulgurub in Vanilla Tier-Sets besaß, wurden in der Season of Discovery alle Set-Boni für sämtliche Klassen überarbeitet. Im Gegensatz zu den Tier-2-Sets aus dem Pechschwing-Hort, die für jede Spezialisierung eigene Sets bieten, erhält in Zulgurub jede Klasse nur ein Set mit einem allgemeinen Set-Bonus. Das bedeutet beispielsweise, dass nicht alle Droiden das auf Gleichgewicht spezialisierte Set-Gewand des Hauros-Packs wählen werden. Nicht alle Tier-Sets aus Zulgurub werden direkt von Bossen im Raid erbeutet. Einige Teile müssen durch spezielle Reagenzien hergestellt werden und erfordern einen bestimmten Ruf beim Stamm der Sandalar. So benötigt das Schmuckstück Wushulais Amulett der Natur beispielsweise einen neutralen Ruf beim Sandalar-Stamm. Um es herzustellen, muss man eine durchstochene Voodoo-Puppe aus den verwunschenen Huru-Haufen im Raid plündern und diese mit Gegenständen von vier verschiedenen Bossen kombinieren. Im Gegensatz dazu verlangt die Sandalari-Tunika des Hauros-Packs einen ehrfächtigen Ruf, aber nur den Token Urzeitlicher Hakari-Wappenrock. Ihr Token können von den fünf Hohepriestern sowie von Jindu, dem Verhexer und Blutfirst Mandokir erbeutet werden. Die urzeitliche Hakari-Götze ist in der Season of Discovery keine Neuheit, da sie schon immer zum Erwerb von Kopf- und Beinverzauberung genutzt wurde. Neu in Phase 5 sind jedoch die verschiedenen Varianten für alle Spezialisierungen. Um eine dieser Verzauberungen zu erwerben, müssen sie eine urzeitliche Hakari-Götze von Blutfirst Mandokir, Jindu, dem Verhexer oder Hakari erbeuten, sowie eine für die Klasse spezifische durchstochene Voodoo-Puppe, die im Raid in den verwunschenen Huru-Haufen zu finden ist. Diese bringen sie dann zu Sansa, dem Ruhelosen, der in Sansas Einhör in Sulgrub steht, um die gewünschte Verzauberung auszuwählen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017